Freunde, neulich ist es passiert und wir haben die Story in der TWW Alpha durchgespielt. Zumindest was das Durchquesten der Zonen angeht. Wir haben versucht, alles gemeinsam zu erschließen, zu theoretisieren, ein bisschen rumzuspinnen. Und die geschnittenen Versionen dieser Eskapaden, die findet ihr auch in der Alpha-Playlist oben rechts zu euch verlinkt. Und ich wollte hier gern nochmal meine Eindrücke zusammenfassen, beziehungsweise auch so einen kleinen Ausblick geben auf das, was sich so anbahnen könnte im Verlauf von TWW oder auch der ganzen World Souls Saga. Denn klar, auch durch den Auftritt von Metzen bei der BlizzCon haben wir so einen groben Verlauf, so einen ungefähren Fahrplan. Ja, wir wissen, TWW, da geht es unter die Erde, Neruba, Xalatas, dann kommt irgendwas mit noch mehr Leere, entfesselten Kräften und Elfenkönigreichen. Und dann geht es irgendwie nach Nordend, die Titanen sollen wiederkommen. Und da sehen wir wohl auch Iridikon wieder. Und ja, das sind so die groben Weichen, die jetzt entsprechend gestellt wurden. Und dennoch ist natürlich die große Frage, wie füllen wir denn den Platz bis dahin? Ja, bis wir in Last Titan dann in Nordend eskalieren. Und der Questweg, der ist dann ganz solider. Der hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Egal, ob ich an die Main-Quests oder an die Side-Quests denke. Also wir starten ja auf der Insel von Dorn, haben erstmal dieses fette Szenario, wo Dalaran abstürzt, ja, wo viele von unseren alten Bekannten, wo auch ein Ende finden. Genauso viele können wir glücklicherweise retten. Aber das ist natürlich erstmal ein Auftakt, ja, der vom Katastrophen-Level her durchaus an Legion-Intros erinnert. Und da lernen wir dann sehr viel von der Zwergenkultur, von den Irdenen. Also wer da Freude dran hat, auch die Nebenquests so schön, so emotional geschrieben. Ja, es ist nicht irgendwie, töte mal zehn Wölfe, weil Baum, sondern alles hat irgendwie einen tieferen Hintergrund. Und sei es manchmal nur, dass diese Geschichten im Hinterfragen des Titanischen enden, ja, weil viele von diesen Irdenen ja noch mehr programmiert sind, als dann selbstständig denkend unterwegs zu sein. Und das sind alles große Themen, die uns eigentlich über diese Insel hinweg immer wieder begleiten. Und nebenbei gibt es natürlich schon Neruba-Angriffe. Ja, das Hauptproblem ist ja, dass dieser Kernweg, dieser Core-Way verschüttet wurde bei den Angriffen der Neruban. Und darum können wir nicht tiefer in die Erde vordringen, weil dieser Core-Way das Verbindungsstück ist zu den schallenden Tiefen der zweiten Zone und natürlich auch allem, was danach kommen würde. Also helfen wir den Zwergen, lernen von deren Kultur, schlagen die Huber zurück, retten Medbrauereien und vieles mehr und machen uns dann auf den Weg in die zweite Zone. Die schallenden Tiefen, da geht es dann langsam richtig mit Xalatas zu Gange. Wir lernen, dass in diesen Tiefen eine Erweckungsmaschine lauert, nur leider fehlt der der Antrieb. Seit die Titanen damals abgezogen sind, haben die Zwerge Probleme, das alles am Laufen zu halten und mit Energie zu versorgen. Das ist alles nicht so einfach und deswegen haben auch sie mit Bevölkerungsmangel zu kämpfen. Gerade jetzt, wo Xalatas in den Tiefen wütet und immer mehr normale Einwohner und Tierchen aus diesen ganz tiefen Bereichen fliehen müssen, kommen die eben nach oben, unter anderem irgendwelche Echsen, die auch Stein zerbeißen können. Nicht so cool für die Irdenen und dennoch gibt es einen Vorarbeiter, der weiterhin versucht, den Titanen nachzueifern, seine Arbeiter in die Minen schickt, wo die kaputt gebissen werden. Gleichermaßen laufen die Maschinen nicht, um Irdenen zu reparieren oder neue zu produzieren, neue zu erwecken. Deswegen Erweckungsmaschine, ja, da stehen schon ganz viele bereit, aber es ist keine Energie da, die irgendwie auf Vordermann zu bringen. Und deswegen sieht er sich einer großen Welle der Verzweiflung entgegenstehend und macht deswegen einen Deal mit Xalatas. Ja, denn sie kann die Energie liefern, die Maschine wieder anzuschmeißen. Das Problem dabei, das der Sprecher aber nicht sieht, weil, hey, die Lehre rettet jetzt unser Volk, ist natürlich, dass die Zwerge dann auch als Lehrendiener geboren werden, erweckt werden. Ja, die sogenannten Skarden, lehrenverseuchte Irdene mit lustigen Hörnern, die dann immer weiter mutieren und aufbrechen, bis sie selber aussehen wie so Echsenviecher. Und das können wir natürlich nicht zulassen mit Moira, ihrem Sohn Dagran und Magni Bronzebart geht es rein in diese Maschine. Ordentlich auf dem Kopf für alle, die zum Sprecher und zu Xala stehen. Und Dagran ist sehr, sehr schlau, sehr belesener Typ, macht sehr viel Spaß, ihm zuzuhören beim Questen. Und der knackt tatsächlich diese Programmierung und Magni opfert sich, um diese leeren Verderbnis zu reinigen. Ja, die letzte Aufgabe des Sprechers von Azeroth, wenn man so will, denkste, denn sein steinerner, diamantener Schimmer verblasst und er bricht wie so ein Schmetterling aus dem Kokon und ist wieder fleischlich. Magni Bronzebart als normaler Bronzebart-Zwerg ist zurück, die Maschine gereinigt, der Sprecher beseitigt und die Zwerge haben wieder normalen Zugang zu dieser Erweckungsmaschine. Nebenbei gab es ein bisschen Ärger mit den Kobolden, auch die haben immer mehr freigedreht, weil sie konnten, weil der Sprecher auch keine Lust und keine Ressourcen hatte, dem irgendwie entgegenzutreten. Und wir lernen auch nette Kobolde kennen. Ja, wir rekrutieren tatsächlich einige. Es gab da diesen Kerzenkönig, den haben wir in einem Dungeon besiegt und den haben wir dann kaputt gehauen. Die Kobolde haben dann gesagt, gut, wir hatten eh keinen Bock auf Krieg und dann ist da erstmal alles wieder happy. Die siedeln sich auch in der Stadt mit an und wir haben neue Freunde und gleichermaßen neue Arbeiter, weil kaum einer kann so gut buddeln wie die Kobolde. Ja, für uns geht es dann weiter mit Anduin und zwar nach Heilsturz. Das ist die Zone mit diesem großen Kristall, genannt Beleda, das Licht des Kaisers. So nennen ihn die Arati, die dort ansässig sind. Und Arati, klar, ist ein Name, der ist uns ein Begriff. Und auch Farren Lothar, eine von denen, die uns dort begleitet, eine, die auch durchaus was zu sagen hat. Die ist eine sogenannte Lampenanzünderin in deren Reihen. Das heißt, sie bringt die Hoffnung. Sie bringt das Licht auf den Kampfschauplatz. Und sie sorgt für Rettung. Wenn jemand verschüttet wurde, dann kommt sie mit dem Licht in die dunkle Höhle und bringt wieder die Glückseligkeit und die nötige Rettungsaktion eben. Lampenanzünder. Also klingt, finde ich, extrem lame, hat aber in der Kultur der Arati wirklich einen sehr, sehr krassen Job, der sich da an diesen Titel anknüpft. Und die kommen aus dem Arati Imperium, das wohl irgendwo im Westen von Kalimdor liegt. Und die sind mit einer großen Expeditionsflotte von dort aufgebrochen, haben wohl den Klang dieses Kristalls, so sagen sie, vernommen. Später kommt dann raus, dass dieser Klang, dieser Gesang des Kristalls laut Anduin wohl dasselbe ist, was er und viele andere von Azeroth hören, ja, dieser sogenannte strahlende Gesang. Das Lied von Azeroth scheint also irgendwie mit diesem Kristall in der Decke auch zusammenzuhängen. Der wiederum ist nicht die Schwertspitze von Saigeras. Seit das Schwert allerdings Azeroth getroffen hat, wechselt er hin und wieder von Licht zu Leere und dann wieder von Leere zu Licht. Das nennen die hier ansässigen Arati Tag der Dunkelheit und müssen sich dann immer zurückziehen, wenn das Licht verblasst, ja, haben da eigene Türme und Abwehranlagen installiert, die sie dann mit Licht aufladen, um die Finsternis und die Diener, die dann aktiv werden, ja, zurückzuhalten. Und bei all dem passt Anduin natürlich wunderbar rein, ja. Anduin, Vryn und Farron, Lothar haben auch auf dieser Questreise einige spannende. Bleibt ein Weilchen und hört zu Optionen, wo sie sich austauschen und versuchen, sich irgendwie kennenzulernen, denn Anduin kannte natürlich die Arati, aber nicht diese Arati, ja. Wir hören von diesem riesigen Imperium im Westen, den wir bisher als verbotenen Westen kannten, ja. Und auch die Titanen und deren Wächter nicht wollten, dass irgendwer dorthin reist. Und da kommen die jetzt aber her und bringen ihre Armee, bringen ihr Licht. Und Farron sagt dann sowas wie, hm, ihr wart also König von Sturmwind. Was soll das denn sein, Sturmwind? Klingt total unbedeutend, ne. Denkt, sie ist so ein kleines Dörfchen. Also ganz witzig, wie diese Kulturen dort aufeinanderprallen und ja doch irgendwie auch zusammenhängen. Ja, Arati, Anduin, Lothar, Anduin, Vryn, also es ist eine Menge Gesprächsstoff, der da auch auf uns wartet. Und letztendlich wissen wir nicht genau, was es mit diesem Kristall jetzt auf sich hat. Ja, ist es irgendwie ein riesiger Naru, der da reinstürzte? Ist es irgendwie ein Splitter von Azeroths Gefängnis? Oder was genau ist das da für ein Überbleibsel? Irgendein abgestürzter Satellit der Exoda? Also der scheint auf jeden Fall schon ein bisschen länger da zu sein. Wer hat die Arati wohl angezogen? Ist einfach eine Verstärker, eine Senderantenne für die Stimme von Azeroth? Wir wissen es nicht genau. Aber es wird sicherlich die Zeit kommen, wo wir da noch etwas mehr Aufarbeitung seitens Blizzard auch serviert kriegen. Auf jeden Fall, der Arati, groß lichtverbunden, manchmal auch zu lichtverbunden. Also in einem Dungeon lernen wir auch einige Fanatiker kennen, die dann das Licht sogar nutzen, um Kalia-Style Verlassene zu erzeugen, wenn man so will. Also Untote zu erschaffen, gefallene Kämpfer mit dem Licht wiederzubeleben, mit ihrer heiligen Flamme nennen sie das, ja. Und da können wir natürlich nicht daneben stehen. Wir hauen die direkt alle um, aber dieser Gedanke, der wird, denke ich, nicht direkt mit denen gestorben sein. Wir lernen die Corbis kennen. Das sind so Untergrund-Ginju, ja. Also das sind so Anglerfische, wenn man will, die an Land unterwegs sind und dich in der Dunkelheit, und da sind die Arati natürlich anfällig für, mit ihrer Laterne auf den Kopf locken, ja, und dich dann anspringen und ausweiden. Also sehr unsympathische Kerlchen. Und auch da hat natürlich Xalatas durchaus ihre Finger mit im Spiel. Es gibt dann auch einen Kult der Nacht, der sich aus ehemaligen Arati gebildet hat. Die sagen dann sowas wie, das Licht ist nicht die Antwort, aber die Leere, die kennt die wahren Antworten, ja, und verteilen da ihre Propaganda, ihre Lehren. Und das gefällt den anderen Arati natürlich überhaupt nicht. Also viele Fronten, an denen gekämpft wird, von den Neruban ganz zu schweigen. Und währenddessen versucht unser Anduin nach wie vor sich irgendwie selber zu finden, ja, empfindet sich immer noch als unwürdig, um dem Licht wieder zu dienen. Da ist er auf seiner ganz eigenen Reise und im großen Finale, wo wir die Neruba zurückschlagen wollen, mit unseren riesigen, lichtgesegneten Luftschiffen, ja, und da stürzt sich Anduin dann im Varian-Cosplay einfach rein in die anrückende Neruba und wird entführt. Ja, weil auch da konnte er das Licht nicht anrufen. Später kommt dann raus, war wirklich sein Plan, dem Licht zu zeigen, dass er opferbereit ist, aber, ah, ah, hat nicht funktioniert. Aber Anduin, tja, auf jeden Fall stürzen wir mit dem Luftschiff dann ab, versuchen Anduin zu retten, die Neruba ziehen uns aber einfach runter. Und so kommen wir in die letzte Zone nach Arsch-Kahet. Ja, nicht Arsch-Kahet, sondern A-Z-H, glaube ich. Na Arsch-Kahet, noch ein J irgendwo kommt. Und in Arsch-Kahet, da erwartet uns das Neruba-Imperium. Und, Junge, ist das riesig schon in der Open World. Da sind, glaube ich, alleine zwei Dungeons, der Raid und zwei Tiefen drin in dieser Stadt. Ja, es ist ein riesiger Bazar. Also, Suramar ist gefühlt ein Fliegenforz dagegen. Und es sieht schon ganz fantastisch aus, wenn man da drauf zufliegt. Und glücklicherweise lernen wir auch hier Verbündete kennen, wenn auch kurz. Und zwar ein Volk, das irgendwie erinnert an eine Mischung aus Troll und Nachtelf. Und dieses Volk ist super naturverbunden. Die haben droidische Fähigkeiten und die versuchen hier, gewisse riesige Wurzeln zu bewahren. Ja, also, das haben wir schon in Heilsturz gesehen. Es wachsen riesige Wurzeln durch den Boden tiefer und tiefer in die Erde. Und da erinnern wir uns natürlich an die Geschichte aus 10.2 mit dem rausgerissenen Weltenbaum Elun. Ah, hier, dessen Wurzeln verblieben. Und das scheinen genau diese Wurzeln zu sein. Und die dringen so tief in die Erde, dass sie das sogenannte schwarze Blut, das Black Blood berühren. Und da versuchen diese Trollelfen-Kollegen, ja, die versuchen die Wurzeln eben zu bewahren. Aber durch das Aufdrehen der Neruba und das Aufdrehen von Xalataz gleichermaßen, nimmt der Einfluss der Lehre der alten Götter immer weiter zu und fängt an, diese Wurzeln zu benetzen. Da hatten wir ja auch Zitate von, ne. Tiefer und tiefer dringen seine Wurzeln. Sie heißen unsere Umarmung willkommen. Also man weiß nicht genau, was wird das jetzt für eine Storyline. Nutzt die Lehre das Leben, um irgendwas neu zu erschaffen? Etwas wiederzuholen, ja, wem gehört diese schwarze Blut? Ist es von diesem Ancient One, den wir schon aus Hearthstone kennen und in 10.1.5 über diese Zeitrisse und die da droppenden Items kennengelernt haben? Ist es das Blut von Xalataz, die damals wirklich zerrissen und weggesperrt wurde? Sind es die Überreste von Yasharaj oder ist es irgendwie ein leeren, verdorbener Teil von Azeroth, der da hochgluckert? Also man hat nicht so wirklich einen Plan. Es gibt immer noch mega viele Möglichkeiten, ja. Und auch wenn wir so viele Lore-Bomben hatten, die auf diesem Weg geplatzt sind, wissen wir immer noch nicht genau, was ist jetzt dieser Kristall in der Decke? Wem gehört dieses Blut? Und was ist Xalataz jetzt genau so viel, was da immer noch offen bleibt, ja. Und wo dann sicherlich auch einige Kampagnen auf Maximalstufe noch Klarheit bringen, also hoffentlich, wir reden von Blizzard, kann auch sein, dass wir in 10 Jahren noch dieselben Fragen stellen, ne. Dennoch sehr spannend, wie hier wieder alte Zitate und neu aufgeworfenes Wissen doch visualisierterweise zusammenfindet. Und diese Legende von Elun Ahir, als die reinkam mit 10-2, wussten wir schon, hm, wie auch mit den Westwinden und dem verbotenen Westen, also da muss irgendwas kommen. Und da scheint wirklich irgendwas zu kommen. Ja, allerdings ist es nur ein sehr kurzer Ausflug, also dieses neue Volk, wo viele direkt hoffen, dass sie auch ein verbündetes Volk werden. Ja, diese nicht weiter Thema. Aber möglicherweise auch ein abgespaltener Trollstamm, der dann durch die Reinigung dieser Wurzeln des Lebens von Elun Ahir auch diese leicht nachtelfischen Züge annehmen konnte, ne, weil so ein bisschen Elun-Segnung ist ja mit drin. Super spannend, aber offenbar will Blizzard mit denen später noch ein bisschen was aufbereiten. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir die große Stadt infiltrieren. Ja, wir versuchen an Xalatas ranzukommen. Wir lernen Verbündete Neruba kennen und wir lernen Rebellen kennen. Wir lernen viel über die Historie der Zone. Es gibt so ein paar Aufzeichnungen auch von Anubarak, der damals um Hilfe rief. Ja, gesagt hat, hey Leute, wir in Asiol, wir werden hier von Untoten belagert. Könnt ihr bitte helfen? Wir sind doch alles Neruba. Und die Königin hier hat gesagt, ja, nö, wir bleiben schön unter der Erde. Ihr habt den Krieg angefangen, macht mal euer Ding. Also solche interessanten Zusammenhänge werden da aufgedeckt mit alten Bekannten. Ja, ansonsten ist die alte Königin auf jeden Fall beseitigt worden, würde ich es mal nennen. Und die Tochter ist nachgerückt, die jetzt mit Xalatas gemeinsame Sache macht. Ja, Xalatas selber hat ja, meine ich, auch gesagt, ich werde dafür sorgen, dass an die alten Schwüre erinnert wird. Also die Neruber, die sich ja als Hochkultur entwickeln konnten, weil sie sich von vielen alten Bindungen, von alten Meistern, um nicht zu sagen der Lehre, losgesagt haben. Die scheinen jetzt doch wieder genau da reingerutscht zu sein. Deswegen gibt es auch diese Rebellen, die genau das nicht wollen. Aber diese riesige Stadt zu infiltrieren ist natürlich alles andere als einfach. Wir finden unsere Verbündeten wieder, finden auch einen Anduin, der sich mit diesen Rebellen und den Weisen, die sie da unter sich haben, direkt angefreundet hat. Ja, und machen dann natürlich ein bisschen Bambule. Und das geht so lange gut, bis Xalatas auftaucht und Aleria direkt versucht, sie wegzusnipen. Ja, war natürlich nur ein Abbild von Xalatas, beziehungsweise wupp, der Pfeil geht genau durch sie durch. Und wir haben die ganze Stadt an den Hacken. Müssen also schnell fliehen. Es gibt dann noch so ein paar Szenen, wo auch Aleria an sich zweifelt. Wo Xalatas nicht versucht, sie zu bekämpfen, sondern sie versucht, sie auf die Seite der Lehre zu ziehen. Ja, all dem nachzugeben. Und Aleria widersteht aber. Und wir können fliehen. Beraten uns mit unseren neuen Verbündeten. Rekrutieren immer weiter. Und ja, bauen so eine kleine Rebellenarmee auf. Und da endet dann die Kampagne eigentlich auch schon. Also ich schätze mal zu, die wollten sie da mit Hinblick auf Dungeons, Raids und Endlevel-Kampagnen noch nicht erzählen. Aber dennoch sehr schöne Aufbereitung und auch wirklich sehr bildgewaltig. Und ich habe schon gesprochen über die vier Nebenquests und Nebenstränge. Einer ist, wie ich finde, schon super spannend mit diesen Wurzeln und diesem leeren Geflecht, diesem schwarzen Blut, das sich da auszubereiten scheint. Ja, also das ist, denke ich, schon ein Ding, wo wir uns anschnallen können, wo auch immer das mit reinfließt. Ob dann wirklich in die Main-Kampagne oder dann eben in kommende Patches, neue Zonen, Gegner oder was auch immer das hervorbringen wird. Und da hatten wir tatsächlich auf diesem Weg eine ganze Menge. Ich habe am Anfang schon gesagt, die Nebenquests, die sind häufig ein bisschen, ja, elementarer, ein bisschen besser eingebunden ins Gesamtgefüge. Ja, so vieles, was sie in Dragonflight, da finde ich, schon wunderbar inszeniert haben, ist hier wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht worden, wenn ihr mich fragt. Und da hatten wir zum Beispiel auch auf einmal einen sprechenden Fisch kennengelernt. Ja, das ist absolut unverdächtig. Ich habe direkt gecheckt, hat er mehrere Augen? Hat er nicht? Dem sollten wir helfen. Und haben für ihn dann ein paar andere Viecher umgehauen, ne, die in seinen Augen die Dunkelheit und die Tiefe des Wassers nicht zu schätzen wissen. Hm, habe ich gedacht, okay, vollkommen unverdächtig, ganz normaler Fischi hier. Und am Ende offenbart er uns, dass er so ein Gedankenschinder ist, so ein Tentakel-Kollege wie so ein Facehugger, ja, wie im Thron der Gezeiten zum Beispiel bei Erunag, wenn er euch an den Boss erinnert. Zack, die springen dir auf den Kopf und dann übernehmen die eben deinen Körper, deine Gedanken. Und so einer ist er und sagt, Mensch, danke, dass ihr mir geholfen habt, ja, das werde ich nicht vergessen. Aber, und während er das erzählt, taucht im Hintergrund ein riesiger leeren Leviathan im Wasser auf, ja, da kommt dann Mutti, da schwimmt er hin und sagt nur, hey, also wir sind cool miteinander, es sei denn, ihr folgt uns in die Tiefen. Dann kann ich für nichts garantieren. Also da der Teaser, das irgendwo im Wasser immer noch mehr zu sein scheint, als dann nur das Gefängnis von den Sars, wo wir eigentlich dachten, okay, das Ding ist durch mit BFA, da haben wir ihn ja befreit, ne, mit dem ganzen Atschara, Nasiata, ewiger Palastplot, aber nein, irgendwas scheint da unten immer noch zu lauern. Die Puzzlebox des Jokseron hat das, glaube ich, damals schon so schön formuliert. Die Fische kennen alle Geheimnisse, sie kennen die Kälte, sie kennen die Dunkelheit und dementsprechend ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, wie wird das jetzt zusammenlaufen? Werden wir noch irgendeinen versunkenen Nialotha-Atlantis-Patch bekommen oder was war das jetzt für ein Teaser? Genau so haben wir tatsächlich einen Magier bei seinen Bemühungen begleitet, ein Portal zu öffnen zum Arati-Imperium. Denn leider sind alle Magier gestorben bei der Ankunft der Expedition, außer er. Und er ist der Einzige, der nicht auf Portalmagie spezialisiert ist. Darum helfen wir ihm, so ein bisschen klarzukommen und da die richtigen Wege einzuschlagen. Und kurz bevor er es schafft, Kontakt herzustellen mit der Heimat, wird er umgebracht von jemandem von diesem Kult der Nacht, der auf jeden Fall verhindern will, dass noch mehr Lichtfanatiker nachrücken. Vielleicht besser so auch für uns, aber es bestehen diese Möglichkeiten, es wird versucht, diesen Kontakt herzustellen, also auch dieses Arati-Imperium scheint irgendwie noch eine Rolle spielen zu können. Neben den Wurzeln und diesem schwarzen Blut haben wir in der letzten Zone auch noch Goblins, die fleißig rumbuddeln, die versuchen die Bodenschätze da aus der Erde zu ziehen. Und da haben wir welche von der Venture Company, wir haben Gaslo, der mit rumrennt, wir haben ein paar Niffen wieder mit dabei. Und ganz am Ende dieser Questreihe wird tatsächlich Lorenhall erwähnt. Und Lorenhall ist im Grunde nichts anderes als Undermine. Habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört? Durfte eigentlich in keiner, was wird das nächste Add-on-Spekulation der letzten Jahre fehlen? Die riesigen Unterstädte der Goblins, die sich ähnlich wie Tunnel der Neruba vermutlich durch riesige Kontinentalbereiche irgendwie erstrecken, wo Handelsbarone ihr Unwesen treiben und in den Straßen alles explodiert, so Goblin-Experimente und Händler, alles dreht da völlig am Rad und ist wie so ein Mad Max-Fiebertraum. Und auch das ist ja also erwähnt worden, ganz abgesehen von dem wahrgewordenen Traum, dass wir mehr zu den Neruban bekommen. Wenn man sich damals in Asiol bzw. Ancahet umsah, dann konnte man ja schon sehen und erahnen, wie groß dieses Reich tatsächlich war. Und eigentlich hatte Blizzard ja auch geplant, da viel mehr zu machen. Haben sie damals nur leider verworfen und alles, was wir dann von diesen Überlegungen bekamen, war der Endboss-Kampf in der Prüfung des Kreuzfahrers, wo wir Anubarak dann nochmal stellten. Der Arme hätte mal die Hilfe bekommen. Also auch da ist noch so eine Anspielung in einer Nebenquiz, in einem Nebensatz. Hätte man auch übersehen können, habe ich auch. Hat dann der Chat gesagt, Bruder, lies das nochmal richtig. Guck mal, was sie da erzählen. Ja, und das ist absolut insane, finde ich. Also die Main-Story, die bietet so viel Stuff, wo wir auch noch so lange drüber zu reden haben. Ich versuche es ja auch in den Podcast-Folgen regelmäßig zusammenzufassen. Und gleichermaßen versuche ich nicht nur spoilerlastigen Content zu bringen und es ist momentan so ein bisschen Drahtseil-Akt. Ganz nebenbei versuche ich auch noch nicht völlig wahnsinnig zu werden bei all diesem Input. Und es wartet halt auch noch so, so viel mehr, vor allem an Witz und Emotionalität generell. Also fantastisch. Ja, vielleicht konnte ich euch damit so ein bisschen Blut lecken lassen, was die Story angeht. Oder euch schon mal entsprechend vorbereiten auf das, was ihr euch dann selber zum Release mit reinflöten könnt. Also ich bin wirklich im siebten Himmel, ja, ich bin durch diese Story geflogen und ein Banger hat den nächsten gejagt und es wird so viel World-Building betrieben, so viel aufgebaut. Es ist wirklich ganz fantastisch. Und wenn ihr mit irgendwas davon auch nur ansatzweise etwas anfangen könnt, dann glaube ich, wird dieses Addon auch für euch, zumindest in diesen Hinsichten, ganz wunderbar. Vielen Dank fürs Reinhören, Freunde. Ich wünsche euch noch einen fabelhaften Tag und freue mich, wenn wir uns gesund und munter wiederhören. Macht es gut, haut rein und schau's.